Hey Leute, ich war heute bei Action und ich dachte mir, ich zeige euch jetzt einfach so ein Mini-Haul. Als erstes habe ich Weihnachtsdeko gekauft, weil ich bin so ein Weihnachtsstimmung. Also die hier und das Schild. Dann habe ich zwei so Mini-Leinwände gekauft. Bleistifte, so Radigummi-Knete-Dings. Für meinen Bruder Bleistifte, weil der braucht welche für Arbeit oder so. Diese Kugelschreiber, ein Geodreieck. Irgendwelche Spitzer, die irgendwie echt komisch aussehen. Radigummi. Diesen Engel, weil ich fand den irgendwie voll süß. So süße Pflaster, weil, ja, weil die sind toll. Und so zum Zeichnen so ein Heft, wo ich so draufmalen will. Also ich will da draufmalen und halt rein. Ja. Das war's, ich hoffe, es hat euch gefallen.